Schaff mir die Hölle nicht auf Erden. Teil 2. Wir machen Hölle 2. Es gibt einen Song, der heißt nämlich genauso. Seid ihr bereit mit mir durch die Hölle zu gehen? Seid ihr noch da? Wow. Das sind die Lumi-Lumi. Dann gibt es jetzt noch einen oben drauf, würde ich mal sagen. Nicht nur noch einmal durch die Hölle. Ja, ich gehe jetzt für euch durch die Hölle. So, Freunde, jetzt geben wir noch ein bisschen Gas. Zeig mir, was hast du geändert? Hast du einmal nachgedacht? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich hab versucht, mir hier zu reden. Doch du wärst immer ein Sturm. Sag warum. Sag warum. Sag warum. Sag warum. Es ist die letzte Chance für dich, mir alles zu erklären. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Es ist die letzte Chance für dich, mir alles zu erklären. Ich will auch heute noch alles geben. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Ich will dich ändern, sag dir, warum, wer dich ist davon. Ich will noch, noch, alles geben, doch so langsam, sag ich doch. Ja! Vielen, vielen Dank. Du hast es, was uns zwei betrifft, den letzten Zehnen verspielt. Wähle ich bitte nicht mehr, es ist vorbei. Und zusammen! Nicht noch einmal, du ich die. Nicht noch einmal, wie du sie sehen, musst du mich immer noch beheben. Es tut mir leid, wie ich das nicht verstehe. Du hast gesagt, du willst dich ändern, sag dir, warum, wer dich ist davon. Ich will noch, noch, alles geben, doch so langsam, das weint mich dran. La, 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 la. Danke schön! Noch eins? Ihr seid ja verrückt!